Die Haut des Menschen ist seine Schutzhülle gegen widrige Umwelteinflüsse und bedarf intensiver Pflege, wie man sie in Vollendung bei Wellfeed in Gmunden findet. Die Inhaberin des gemütlichen Beauty-Studios, Sabine Schneider, wird in ganz Oberösterreich als wahre Könnerin in ihrem Metier geschätzt und immer wieder gerne aufgesucht. Kaum eine Kosmetikerin versteht es besser als sie, mit modernsten Technologien für ein besonderes Hauterlebnis zu sorgen. Mit einem innovativen Gerät der Firma WinForm werden ein verbessertes Hautbild und eine sichtbare Hautverjüngung erzielt und dank der dauerhaften IPL-Haarentfernung wird ihr Traum von makellos glatter Haut endlich Wirklichkeit. Zudem versteht sich der Salon mit Wohlfühlgarantie auf Fußpflege, Maniküre sowie Wimpernverlängerung und Verdichtung im wahrsten Sinne des Wortes blendend. Besuchen auch Sie für Ihren jugendlich frischen Teint das Kosmetikstudio Wellfeed. Hier werden Sie von Kopf bis Fuß verwöhnt.